Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rocket League. Ich bin im Polizisten-Outfit und werde jetzt das Spiel starten, denn wir haben acht Mitspieler. Insgesamt, ihr wisst ja, Slay Massive, Currywurst, LennoMajor, Dennis Anton und Zara Zah. Zara Zah, wer ist eigentlich Zara Zah? Wer ist das? Wer hat ein goldenes Haar. Ich bin das, ich bin das, ich bin zwölf Jahre alt, ich mache Let's Plays. Ich bin der Beste in Rocket League, wie man in der letzten Folge gesehen hat, wo ich alle voll weggerampelt habe. Ey, du bist ja fast so wie der K... Kevin! Bitte was? Kevin, mach einmal den Burnie, komm. Und dann stehe mir diesen Ton. Hör mal, ich schwärze die Augen, ich schwärze mich. Jetzt gehen wir alle auf Auto, das heißt, wir werden zufällig zugewählt. Aber gleichzeitig, Leute, alle... Ja, aber ihr könnt nochmal rausgehen. Geht nochmal auf Team Wechsel, geht nochmal auf Team Wechsel, schon los? Ne, da kommen die anderen rein, oder nicht? Da kommt auch wieder Raja. Nein, 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 das ist ja so lange wie wir nicht. Geht auf Team Wechsel, Start Team Wechsel. Okay. Also wir ziehen runter. Drei... Ein... Drei... ist raus. Also Benni, Sarraza, Anton und... Den hole ich mir! Oh Gott, der Schuss ins Tor! Boah, der Rumpel, die alte Flutschbirne, ey. Habt ihr den da so von ganz hinten? Oh, da hat man gesehen, oh, noch schön umgeleitet. Benni hat es noch versucht. Benni hat noch mit dem S-Kick. Im Rückwärtsgang habe ich es versucht. Okay, Lennon oder Rumpel. Ja, ich bleib'n. Oh mein Gott, ich komme! Alles klar! Das verwirrt mich voll, bei mir kommen jetzt Geldscheine hinten ausm Auspuff. Boah, der war knapp. Das war so ne knappe Geschichte. Wisst ihr übrigens, dass ich Töne machen kann wie Homer Simpson? Mach mal. Ja, mach mal. War das ne Kuh? Nein, drüber geflogen! Das ist doch nicht die Möglichkeit. Keine im Tor, keine im Tor! Titsch drüber! Die kriegen den nicht, die sind zu hoch. Zwei Mal drüber geschossen. Und alle vorbei. Das Problem ist, Dennis und ich teilen uns den Preis des schlechtesten Spielers. Unser Team heißt Team Schlecht. Was? Da kommt der Lennon wieder, ey. Das ist echt. Er steht 1-0. Wir führen gar nicht so krass. Als es jetzt zum 5-0 stehen würde, dann würde ich's ja verstehen. Tor! Nee, da hat der Benni! Oh Aw, schade. Nach vorne! Und jetzt einfach nur gerade drauf! Oh, schade. Der Lennon ist vorbei. cektam, der Lennon! Zurück 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 zurück. Oh, der blickt ans Tor, das ist derował! Nein, wo ist denn unser Torwart? Einer muss immer hinten bleiben! Wir brauchen Eier. Ey, wieso habt ihr denn da einen Torwart? Also Leute, guck mal, einer der hinten spawnen, also der am hintersten spawnt, der muss auch im Tor die ganzen da bleiben. Der am hinteren spawnt, ne? Ist das eure Regel? Okay, dann bin ich's Torwart. Ich bin's nicht. Also, Sarraza ist Torwart jetzt. Ey, es stürmt voll und regnet. Was für ein Scheißwetter. Wie bei FIFA im Regen. Das stimmt. Aber das finde ich eigentlich eine gute Regel, die der Dennis aufgestellt hat. Ja, dann wechselt man sich ab, ja. Das wäre nice, wenn die Autos bei Regen richtig rutscht. Oh, oh. Tun die doch, oder? Tun die doch. Nice! Und irgendwann gibt's doch noch einen Eisfeld. Oh, Alter! Der Autos hat mir einen Arschstift verbracht. Sorry! Oh nein, ey! Pass auf, pass auf! Titsch vorbei. Ich bleibe im Tor. Okay, der ist nach vorne schonmal. Oh, Mann! Der Rumpel, ne? Komm, ihr macht das Ding! Ich habe bisher noch satte Nullpunkte gemacht. Übrigens. Ich bin richtig gut heute. Mal wieder. Heute ist nicht mein Rocket League Tag, du. Oh, Alter! Ja! Oh! Das gibt's nicht. Die sind einfach unverschämt. Sauber! Komm! Anton! Lendo! Ach, der Lendo ist so'n... Boah, Alter! Was soll das denn? Äh, wieso habe ich keinen... Was ist denn jetzt los eigentlich hier? Warte, der Rumpel fährt einfach fröhlich weiter. Hä? Ich habe gerade ein Tor gemacht bei mir! Hä? Ja! Ohne Scheiße! Ich habe bei mir ein Tor gemacht gerade hoch! Der Server ist down! Der Server ist down! Der Server ist down! Nein, bei mir läuft das alles noch! Doch, der Server ist down! Ey, das läuft doch noch! Ja, bei mir fahren auch alle irgendwie rum und ich dachte mir gerade, ich bin total geil und Saratza fährt irgendwie irgendwie rückwärts in den Kreis! Hä? Lendo, du fährst gerade die Wand hoch, Mann! Der Server ist down! Bei mir ist alles normal! Ja, ja, der Server ist down! Ja, müssen wir das Match neu starten dann! Ne, bei mir ist das Saratza! Ja, dann lass das Match neu starten, oder? Bei mir haben alle verlassen! Dann machen wir ein Match verlassen! Ja! Tex hat das Match betreten! Achso! Geil, aber die fahren alle im Kreis von mir! Das ist ja lustig! Ich habe ein Tor gemacht! Nein! Nein, wir machen ein Tor! Oh! Oh! So, jetzt kommen wir alle raus wieder, damit ich ein neues Match erstellen kann! Alle raus, okay! War das eigentlich das erste dieser Folge? Ja, ne? Ja! Ja! Okay, Saratza! Aber die Regel finde ich's gut, Dennis! Hauptmenü? Ja! Bin im Hauptmenü! Ich wechsle mal das Auto! Mindestens ein Gruppenmitglied befindet sich in einem Online-Match! Nein, jetzt kommst du raus! Was ist denn da los? Anton bist du raus? Benni! Wie sieht's mit dir aus? Benni! Ich bin auch Hauptmenü! Der Rumpel ist nicht mehr in der Gruppe! Der Rumpel ist nicht mehr in der Gruppe! Ich sehe euch alle noch! Der Walle ist... Ja, das hatte ich doch auch das Problem mal! Du musst auch noch eingeladen werden! Okay, Major! Ich lade dich ein! Bin ich noch da? Ja, du bist noch da, Benni! Sag mal gut! Wo ist dein Major in meiner Liste? Major ist eingeladen! Du kannst keiner Gruppe beitreten, in der du bereits Mitglied bist! Ja, dann verlass die erstmal! Dann kommst du nochmal neu! Ja, ich mach's gerade! So, ladet mich nochmal ein bitte! Ist raus! Ist raus! Thank you! So! So! Jetzt sind wir wieder aus, oder? Dann kannst du jetzt suchen! Wir sind wieder alle beisammen! Such mal ein Spiel! Hast du sie wieder alle beisammen? Ja, wir sind alle wieder auf einen Haufen! Okay! Online-Spiel! Privates Match! Ja! Privates Match! Ich mach mal ein anderes, ein anderes Stadion! Ja, such mal ein anderes Stadion! Eine frische Puppe spiele! Okay, wir machen... Machen mal einen Hinterhof! Hinter Penny! Ne, das Mitternachts-Ding ist cool, oder? Nachts talken wir mal! Keine Bots Europa! Match erstellen! Seid ihr bereit für ein unglaubliches neues Match in Rocket League? Mit einem Spieler, der weltbeste Pro-Game in der Welt, Sarazar! So, ich konnte mich nicht so ernst nehmen gerade! Okay, warte! Stopp, stopp! Auto! Sarazar sagt an! Ich hab schon gedrückt! Warte doch! Ich hab schon gedrückt! Okay! Drei! Zwei! Eins! Auto! Go! Hä? Mit wem bin ich? Keriborst? Dennis? Oh, mit Anton! Dennis, komm! Jetzt hauen wir die weg! Wir hauen die weg! Das ist jetzt Überraschungssieg, Mann! Haben wir einen Torwart? Ja, ich... Wer ist bei uns im Tor? Das ist unfair! Sarazar ist im Tor, Sarazar ist im Tor! Immer der letzte Mann! Ey, Leute! Seht ihr das eigentlich? Aua! Am Start als letztes da steht... Es ist schon dunkel, der Dennis muss ins Bett! Ja, Mami! Nein! Boah! Vorbeigeflattert auch noch! Aua! Der lässt den flattern! Der ist gut! Kevin! Der prallt ab! Oh, Leno hat ihn! Der Leno ist echt ein Tier, ey! Zurück, zurück, zurück! Ja, der Leno ist übelst gut in dem Gang! Oh, der kommt, der kommt, der kommt! Der kommt gut! Nee, der kommt nicht! Hammer! Jawoll! Eine Scheiße! Er hat gewinnen! Bam! Was soll ich da machen, weißt du? Dann kam die Vorlage! Und dann... Als gibt's kein Morgen! Schön gibt's... Keeper, ey! Dann fällt das mal gegen den Posten, weißt du! Ey, bester Move! Ey, zu Glück will ich kein Torwart mehr! Okay, wer ist das? So, jetzt baller ich euch so einen rein, ey! Ich bleib hinten! Okay! Anton, bleib hinten! Okay! Ein bisschen abwarten spielen! Abwarten fahren! Alter, das wird... Das wird der Hit, wenn ich den jetzt reinklatschen! Boah, Pisch Benni! Ja, schön abwarten gespielt! Boah! Alter, geht gar nix! So, was auf, Anton! Schön, Anton! Habe ich! Jetzt vorne stürmen! Jetzt kommt der Leno und haut ihn rein! Nein! Das gibt's nicht! Dieser Leno! Geodrex angesetzt! Ey, ey, ey! Sag ich ja! Anton! Nice! Oh, 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 oh! Mann, ey! Guck mal, den hab ich gekriegt! Ja, war der so... Scheiße, direkte Vorlage! Der hat komisch gesprungen! Der hat einfach so hüpft so... Ja, komisch! Physikalisch nicht ganz richtig! Jungs, wir haben noch genug Zeit! Genug Zeit! Die zählen das durch! Stimmt, wir haben noch genug Zeit, zu Null zu gewinnen! Schön! In die Bande möchte ich den haben! Gut, aber so, Anton! Egal! Der Welle zählt! Gütig! Gütig! Zu gütig! Zu gütig! Nein! Wer ist da so... Wer ist da so... Warum haben wir keinen Keeper? Warum haben wir denn jetzt keinen Keeper? Jawoll! Aber so richtig reingedrückt! Weißt du? Da ist das Zäpfchen, der ist nicht am Anschlag gewesen! Ich weiß, dass ZDF nix gehen! Der Dennis! Der Dennis war nicht Torhüter! Wo warst du, Alter? Ich bin im Torhüter! Ich bin im Torhüter! Ich bin im Torhüter! Ich bin im Torhüter! Schlechtestes Spiel ever! Einfach, oh Gott! Jetzt will ich mal was sehen hier! Wir müssen jetzt mal den Anschluss-Treffer machen! Herr Curry, zau mal raus da! Ja! Oh, sorry! Oh geil! Mittelfeldpass! Nein! Alter, wer fliegt da? Nein! War voll die Geldwolke! Komm Jungs, jetzt! Boah! Dünkeri! Hä? Jetzt! Jetzt! Geh rein! Nein! Ich wurde irgendwie gehittet! Boah! Explodiert! Boah! Gut nochmal in die Mitte bekommen! Extodiert! Hau mal nach vorne! Den Horn nach vorne! Jetzt bitte! Sauber! Komm weg! Ey! Wer kommt denn da wieder so weit raus? Boah! Boah! Dünkeri! Boah! Dünkeri, geh wieder raus! Ja, ja! Entschuldigung! Wo kommst du denn her? Oh! Wer hat mich zum Explodieren? Der Benni, der schweinert mich! Ja, ich war das! Der bringt dich immer zum Explodieren, ey! Ich fahr wieder nach hinten! Ich fahr wieder nach hinten! Sehr schön! Na Raza! Komm! Oh! Das gibt's nicht! Wir brauchen ein Tor, Leute! Jawoll! Du hast doch schon eins hinten stehen! Du hast doch schon eins hinten stehen! Haha! Scheiße! Nicht schlecht einfach so! Haha! Der war doch gut, Mann! Der war doch gut! So ruhig war es lang in den Meer! Ja! Gut voll konzentriert! Die drei Tore holen wir doch auf! Hier, der kommt nicht! Total realistisch! Oh nein! Irgendwo ist immer so eine beschissene Motorhaube von irgendwie! Schön, Dennis! Boah! Melchior, richtiger Terrorführer! Es bombt mich weg! Mit dem Torwart! Ah! Nein! Das gibt's doch nicht! Alter! Dieser Benni! Nein! Nein! Dieser Marmut! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Oh! Okay! Bist du aber noch da? Den lassen wir! Den lassen wir! Ja, den! Komm! 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 Nein! Curry! Rein! Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Das ist unglaublich! Ja! Ja! Ja, Mann! Go! Curry, Mann! Ich hatte keinen Boost, ey! Ich kann das tun, ey! Noch zwei Tore! Das schaffen wir doch locker! Wir haben noch anderthalb Minuten! Ist ja nur der Leno! Ich finde, der Leno muss nach vorne! Ihr müsst draufschirmen, Leute! Der Curry bleibt hinten, okay? Ja, ja, ja! Oh, ich bin rübergeflogen! Boah! Das war ganz gefährlich! Tor vom Anstoß! Ja! Komm! Ihr müsst pressen! Was? Das ist ein Ball! Ja! Komm! Noch mal! Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Du Arsch! Du bleibst aus dem Tor draußen! Nächster! Ich kümmere mich um den Leno! Ja! Jetzt voraus! Komm, 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 komm! Komm! Komm, den Kriegler! Komm! 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 Nochmal! Ja! 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 Das war mein eigenes Tor! Oh, wir können den Ausgleich doch schaffen! Den Ausgleich packen wir noch! Nichts! Okay, Leute! Ein fucking Tor noch! Oh Mann. Oder auch ein normales. Musste kein fucking Tor sein. Komm, komm, komm. Der ist heiß. Der ist heiß. Nein. Boah, die hau mich weg, ey. Anton. Ja, ich wollte nur aktivieren, damit ich hier rein kann. Alter, Rumpel. Ist drin, ist hot. Gut, Anton. Zweimal das Stadion gerundet, bis ich das hingekriegt hab. Oh, wer hat mich da weggerammt? Welcher Schmiedelwutz? Sag, er ist hinter dir. Was machst du da? Kommt, 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 kommt. 15 Sekunden. Schön, Anton, schön. Nein. Der kommt vorbei. Oh, da hat ihn irgendjemand noch wieder hochgerauen. Der ist immer noch in der Luft. Verdammt. Nein. Aber was für ein spannendes Mädchen. Gibt's nicht. Ich hätte die Twitch-Antenne bekommen. Was ist denn hier? Alter, das war echt. Noch mal die gleichen Teams oder noch mal durch? Machen wir Auto. Machen wir Auto. War doch lustig. Ja, ich vergesse halt immer irgendwie. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Okay, jetzt aber wirklich auf drei, ne? Oh mein Gott. Genau, nicht A drücken jetzt. Okay, drei, zwei, eins, go! Oh Gott, ich bin mit Dennis im Team. Ich seh das schon. Was soll das denn heißen? Nice. Ey, du bist hinten Dennis bleiben. Das war dein eigentliche... Was soll das denn? Ja, sehr geil. Alter, wieder in die Ecke. Beste Tor, ey. Beste Tor. Ich bleib hinten. Bleib im Tor. Scheißegal, welche Kauleiste du gewesen bist, ich hab ein Tor gemacht. Bei Korin, der Kauleiste. Bei Korin, der Kauleiste. Hier kommt leider das nächste Tor. So sieht's nämlich aus. Ich. Wer ist unser Keeper? Jetzt einer in die Mitte rein. Oh, nein! Jawoll! Ja, war aber auch low. Anton, Anton, Antor. Guck mal, wie ist der... Oh, der Rumpel. Sehr nice. Sehr nice. Hör mal, mit Flickflack. Ich bin hinten. Anton ist hinten, Anton ist hinten. Ich bleib hinten, alles klar. Wer ist bei uns hinten? Ich. Ups. Wie sie alle wieder rumfliegen, ey. Ich fliege gern. Dann fliege ich mal. Spasselin, du ist gar nicht im Tor. Doch, doch. Nee, Anton ist im Tor. So, ich bin da. Silber. Jo, geh drauf. Wacht mir doch nicht so ne Angst hier. Jo, Torwart, geh bitte drauf. Schön. Oh, nice, Dennis. Ja. Ist voll ungewohnt, dass ich mit dir in einem Team bin. Der Brauchen da. Ja, da siehst du den Rumpel. Zeiten erinnern sich. Nochmal, Major. Sarazza? Ja, den musst du dir holen, Dennis. Kein Boost, ey. Kein Boost. Oh, Benny, der war gut, ey. Schade. Wer haut denn da zurück? Der Rumpel, oder? Alter, Dennis! Dennis! Oh, nein! Oh, nein! Das gibt's nicht, wie hoch die überspringen. Ja, mit dem Turbo geht das. Nein, Dennis! Was ist das für ein Sinnloser? Oh! Da dazu schon. St느� iş gut war richtig. Vielen Dank.